Ich muss sagen, dass Magdeburg gewinnen wird. Das ist schwierig, weil er eine sehr schwere Spiel ist, weil Kaiserslautern hat gute Mannschaften, erfahrene Mannschaften. Ich habe ihn auch jahrelang gebraucht, wieder zurückzukommen, aber Magdeburg wird 2-1 gewinnen. Ihr habt ihn sicher erkannt, unseren ehemaligen Spieler Radovan Vujanovic. Er ist zuversichtlich. Wo er steckt und was er macht, das erfahrt ihr gleich. Außerdem FCM gegen Kaiserslautern. Das Topspiel am Samstagabend unter Flutlicht. Ein Duell mit besonderer Geschichte. Mehr dazu jetzt. Los geht's. Hier ist Matchday. Es gab eine Zeit, in der sie Meister ihres Landes waren. Der FCM, der schon dreimal Champion in der DDR war, wurde 1997 Oberligameister im Nordosten und spielte anschließend in der Regionalliga. Der 1. FC Kaiserslautern war viermal deutscher Meister, zuletzt 1998. Damals eine wilde Zeit für beide Vereine. In einem damaligen Benefizspiel zwischen beiden lieferte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reinhard Höppner, den Spruch des Tages, als er zu Lauterns Meistertrainer Otto Rehagel sagte, hier hielt schon mal ein König Otto mit Gefolge Hof statt. Der liegt seit Jahrhunderten im Magdeburger Dom. Wir haben jemanden getroffen, der am 23. Mai 1998 vor Ort dabei war und die Geschichte dazu erzählen kann. Thomas Riedl, Pavel Kuka, vorne im Sturm, klar, Pavel Kuka, Marco Reich, genau, Harry Koch, Legende. Harry Koch, Legende, natürlich, Otto Rehagel, wie noch hier, Sforza, Ratinho hier unten, genau. Sebastian Hengel erinnert sich noch genau an die Betzenberg-Teufel und ihren märchenhaften Weg vom Aufsteiger zum deutschen Meister. In der Saison 97, 98 war das. Otto Rehagel hat ja immer auf erfahren, auf alte Spieler gestanden. Das war ja sein Steckenpferd, er hat ja einen alten Spruch gehabt. Nur die, die verheiratet sind, die wissen, die toben nicht mehr draußen. Robert Ballack als ganz junger, der seine Karriere in der Bundesliga dann auch dort mit angefangen hat, mit eingeleitet hat. Und nun kamen König Otto, wie sie Meistertrainer Rehagel ehrfürchtig nannten, und seine Sensations-Champions nach Magdeburg. Angekündigt durch Plakate, die Programmhefte waren gedruckt, für die damalige Zeit starke knapp 8000 Eintrittskarten verkauft. Es ist immer ein Highlight, wenn ein Bundesligist kommt und wir gegen dich spielen dürfen als unterklassige Mannschaft. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten mal gegen den FC Bayern gespielt, da hat Luther Matthäus noch als Libro hinten mitgespielt in seiner Endzeit. Und das macht immer Riesenspaß, das ist immer ganz toll, du kannst dir ein bisschen was abgucken. Das ist natürlich ein ganz anderer Fußball da für uns gewesen, in der 1. Liga. Oder gegen den Erstligisten und war immer ein Highlight. Am Ende des Tages waren nicht alle Lautern-Stars dabei, die WM stand bevor. Und so entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem der FCM sogar zweimal in Führung ging, durch Mario Lau zum 1 zu 0 und durch Sebastian Hänge zum 2 zu 1. Es war so von halbrechter Position, als ich von Höhe- und Mittellinien losgelaufen bin, ein kleines Solo gestartet habe. Bin dann nach innen gegangen, auf meinen starken Linken und hab dann so von 18, 20 Meter abgezogen, unten rechts, hat gepasst. Am Ende setzte sich der deutsche Meister mit 4 zu 2 durch. Und der FCM holte sich den nötigen Schwung, um ein paar Tage später, im Landespokalfinale in Dessau, Lokaltmark Stendal mit 4 zu 1 wegzufegen. Sebastian Hänge traf auch hier, und zwar dreimal. Stendal war auch zu der Zeit, sag ich mal, unsere größte Widersacher im Landsachsenen. Und ja, war ein super Abschluss für die Saison, die insgesamt gut gelaufen war. Der gebürtige Magdeburger erlebte in den 90er Jahren einiges als FCM-Spieler. Mein erstes Spiel war, glaube ich, gegen Rot-Weiß Prenzlau, glaube ich. Da habe ich auch das 1-0-Siegtor geschossen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da war ich gerade 17, bin dann 18 geworden in der Saison auch. Und zur neuen Saison kamen dann tatsächlich Hans Dieter Schmidt, Karl Hertle, der Umbruch begann. Ecki Meier, der sehr viel Engagement und auch finanzielle Mittel da reingesteckt hat, um den Verein nach oben zu pushen. Es kamen viele neue Spieler, die uns sehr vorangebracht haben. Der Klub stieg auf, von der Oberliga in die Regionalliga, durchgesetzt im Stadtduell mit Fortuna. Es ging immer heiß her, es war halt ein Lokal-Derby, es war ein heißes Derby, das Stadion war voll. Und ja, es ging halt um die Vorherrschaft in der Stadt. Aber das Geld reichte nicht. Prämien wurden nicht wie versprochen gezahlt. Die Spieler ließen sich das nicht gefallen. Das Geld war immer knapp und trotzdem, die Spieler wollten und mussten natürlich bezahlt werden. Die haben davon ja gelebt, größtenteils. Und es kamen natürlich Phasen, da sind wir mal mehrere Monate nicht bezahlt worden. Und das war natürlich eine schwierige Zeit für den Verein, absolut nachvollziehbar. Und da kam es tatsächlich in der Mannschaft denn dazu, dass wir uns entschieden hatten. Und Frank Lieberham als Kapitän war natürlich der, der da geführt hat. Dass wir gesagt haben, wir wollten mal ein Zeichen setzen und gehen statt zum Training heute mal ins Kino. Mit den Finanzen wurde so jongliert, dass die Mannschaft von Jahr zu Jahr verstärkt und erfolgreicher werden konnte. Mit wem ich sehr viel Spaß hatte war auf jeden Fall Bodo Schmidt, der einst ja auch für Borussia Dortmund, auch im Europapokal und in der Meisterschaft gespielt hat oder in der ersten Bundesliga. Er hat sehr viel Erfahrung natürlich in unsere Mannschaft reingebracht, hat hinten die Abwehr zusammengehalten. Und im Bus haben wir auf Auswertsflatten sehr viel Karten gespielt. Also mit ihm war es sehr witzig, habe ich sehr genossen und habe auch viel gelernt. In der Saison 98-99 schnupperte der FCM am Regionalliga-Meistertitel und Aufstieg in die zweite Liga wurde dritter. Sebastian Hengel kann sich noch an das Duell und sein Siegtor gegen den VfB Leipzig erinnern. Es kam dann dazu, dass dann Dirk Hahnemann einen Freistoß von der linken Seite geschossen hat. Und ich konnte mich in der Mitte durchsetzen und habe dann das 1-0-Siegtor geschossen, ja. Es gibt einiges, was geblieben ist aus jener Zeit. Die Spieler sangen im Garten von Präsident Meier das Lied »Heja, heja, wir sind vom FCM« ein. Gemeinsam mit Rocksänger Nedi John Cross. Wir standen am Garten und haben dann den Refrain, glaube ich, eingesungen. Und ja, es war halt, was soll ich sagen, Schuhstoppler bei den Leisten, ne. Fußball spielen konnten wir besser als Dinger auf jeden Fall. Und es gab erste Überlegungen, wie aus dem Ernst-Grube-Stadion eine neue Arena werden könnte. Ein tschechischer Architekt bot seine Variante an. Ernst-Grube-Stadion war seit meiner Jugend, die ich fast komplett beim FC Magdeburg durchgelaufen bin, war das irgendwie meine Heimstätte. Ich kannte nichts anderes. Und von daher, Stadion Neubau, ja, man hörte sowas, aber es war alles noch ein weiter Ferner. Sebastian Hengel schaut auf Erinnerungen an seine FCM-Zeit. Dabei kamen die ganz verrückten Zeiten für ihn erst noch. Er war ein Jahr in Australien und fast weg vom Fußball. Da holte ihn viertligist jener, der sich neu aufgestellt hatte. Da haben wir dann auch sofort gekrönt mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Und haben eigentlich unseren Siegeszug dort sensationell fortgesetzt. Haben es dann geschafft, gleich in die zweite Liga aufzusteigen. Dann bin ich nach Rostock gewechselt. Da ging es dann in die erste Liga. Also für mich rückblickend in diese vier Jahre war natürlich ein D-Zug. Mit der Krönung, Aufstieg, erste Liga, Hansa Rostock. Und dann ein Jahr die ersten Erstligastadien zu erleben. Und nicht nur auf der Tribüne, sondern auf dem Platz, war natürlich traumhaft. Hat mir auch keiner zugetraut. Und war für mich ein sehr, sehr schöner Moment oder Momente. Es war echt schön. Aber inzwischen kehrte er zum FCM zurück. Mit nun 45 Jahren zur Traditionsmannschaft. Das ist ein schönes Gefühl. Ich hatte jetzt eine lange Fußballreise. Ich war lange weg aus Magdeburg und der Umgebung. Und jetzt ist es wie so ein Zurückkommen. Und mit Jürgen Brennicker haben wir da auch genau den richtigen Mann, der das Ganze alles sehr, sehr gut zusammenhält, alles organisiert. Und es macht riesen Spaß. Und ja, ich habe mich da letztes Jahr angeschlossen und bin gefragt worden. Und ja, warum nicht? Für die FCM-Oldies steht jetzt die Hallensaison mit großen Turnieren in Dresden, Cottbus, Brandenburg und Senftenberg an. Da setzen sie auf Sebastian Hänge. Es sind ein paar Pokale zu verteidigen. Der aktuellen Profimannschaft drückt dir die Daumen. FCM und Kaiserslautern sind längst nicht mehr so weit auseinander wie damals, am 23. Mai 1998. Tabellen 13. gegen Tabellen 11. Das ist das Spiel FCM gegen Kaiserslautern. Wobei die Lauterer zwei Punkte mehr haben. Auch sollte unser Klub weiter auf der Hut sein bei drei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Achtmal standen sich FCM und Kaiserslautern in Punktspielen gegenüber. Sechsmal in der dritten Liga, zweimal in der zweiten Bundesliga. Die Bilanz? Drei Siege für den FCM, viermal unentschieden und einmal Sieg lautern. Das spektakulärste Spiel gab es am 28. August 2022 mit einem Ergebnis von 4 zu 4 auf dem Betzenberg. Die ganze Story könnt ihr in Ruhe nochmal nachschauen auf unserem YouTube-Kanal. Das letzte Punktspiel zwischen beiden gab es am 3. März 2023. Unsere Blau-Weißen gewannen mit 2 zu 0 durch Tore von Quarteng und Ito. Doch wie stehen die Aktien diesmal? Das sind die Stimmen aus dem Team. Die Motivation war immer da. Jetzt hast du endlich wieder geschafft, mal den Bock umzustoßen. Und jetzt geht es halt darum, dass du das einfach bis Ende dieses Jahres oder der Hinrunde einfach nochmal bestätigst. Wir haben jetzt noch ein paar Spiele, wo wir nochmal richtig viel rausholen können, nochmal richtig Schwung mitnehmen können. Und darum geht es. Der FCK ist gut in die Saison gestartet. Ist eine Mannschaft, die sehr kompakt spielt, die auch gerade bei Überbrückungspielen Zielspieler hat, die sich vor der Saison wirklich gut versteckt haben mit mehreren schnellen Spielern. Aber insgesamt eine verbal und körperlich unangenehme Mannschaft, weil sie da sehr stark im Spiel drin sind. Ihr wisst, jedes unserer Heimspiele in der zweiten Bundesliga steht in dieser Saison unter dem Namen eines Europacup-Helden von 1974. Das Spiel am Samstagabend gegen Kaiserslautern findet am Klaus-Decker-Spieltag statt. Hier im Stadion-Rundgang gibt es eine Erinnerung an seine unfassbare Bilanz von damals. Einen, der immer auch ein Auge auf den aktuellen FCM wirft, haben wir vorhin mit seinem Tipp schon gehört. Raduwan Wojanovic. 2008 bis 2010 war er der Ballermann der Blau-Weißen und sogar Kapitän. Und das ist seine Geschichte. Es gab eine Zeit, da verzückte ein junger serbischer Fußballer die FCM-Fans. Seine Bilanz, 73 Pflichtspiele, 40 Tore. Jetzt ist er Geschäftsführer Sport beim österreichischen Bundesligisten Linzer ASK. Seit März 2023, vorher war er Sportdirektor. Raduwan Wojanovic hat weiter Karriere gemacht nach seinem Abschied aus Magdeburg. Zunächst aber war er noch etliche Jahre als Profi unterwegs. Nach Magdeburg habe ich damals nach Hans-Rostow gewechselt. Dort habe ich ein Jahr gespielt und habe aufgestiegen, in der 2. Liga. Dann war es so, dass ich in Vorbereitung gesehen habe, dass ich nicht oft spielen werde, weil Marek Münter damals verpflichtet wurde. Da habe ich gesagt, okay, wo er nicht bekannt ist, auf der Bank zu sitzen, wo er spielen will. Und da habe ich mich damals zu Preußen Münster ausgelassen. Das war Geschichte ein Jahr. Danach ging es nach Österreich. Er stürmte für den Linzer ASK, für Horn und für Öt. Er schoss sich mit Toren in die Herzen der Fans. Ich wollte nach Österreich zurück, weil hier habe ich viele Bekannte in der Nähe, trotzdem nicht weit von meiner Familie. Damals war auch mein Vater nicht so gesund. Ich wollte trotzdem in der Nähe sein. Der Linzer Athletik-Sportclub ist nun wieder seine Heimat. Neues Stadion, die Raiffeisen-Arena, Fassungsvermögen 19.000. Radovan Vujanovic, inzwischen 41, ist Geschäftsführer Sport und hat Beachtliches erreicht in einem Verein, der nicht nur gute Zeiten hatte. Ich bin damals entschieden, einen ganz neuen Umbruch zu machen mit neuen Trainern, mit vielen neuen Spielern und und und. Letzte Saison haben wir dritter geworden und haben uns direkt qualifiziert für Europa. Das war nur das Thema, wenn wir Europa-League spielen oder Konferenz-League. Wir sind geschafft, uns durch Qualifikation gegen Mostar durchzusetzen. Und jetzt spielen wir Europa-League. Natürlich mit einem Umbruch und sofort dritter zu sein und Europa-League zu spielen. Das braucht man nicht diskutieren, dass wir uns diesen Umbruch gelungen haben. Vujanovic wickelt Transfers ab, die helfen, schwarze Zahlen zu schreiben und trotzdem sportlich Erfolg zu haben. Aktuell spielt der Lask immer noch in der Spitze der Bundesliga mit und ist in der Europa-League in einer Gruppe, unter anderem mit dem FC Liverpool. Wir konnten 100.000 Tickets verkaufen. Das war so. Das war richtig geil, dass wir gesehen haben, was Liverpool bedeutet. Was bedeutet, dass wir Europa-League spielen. Und wenn ich jetzt Geschichte allgemein weiß, fast über zwei Jahre, wo ich da bin, natürlich dieses Spiel war für uns alle etwas Besonderes haben. Wir sind auch 1-0 in der ersten Halbzeit gefilmt. Das war eine richtig tolle Leistung von unseren Jungs. Zum Schluss haben wir leider verloren. Aber nicht zu trotz glaube ich, dass wir einfach der Willupul, der Mannschaft, der Klub, alles rum und dran, geht in die richtige Richtung. An seine FCM-Zeit erinnert er sich noch gut. Schon im ersten Regionalligaspiel gegen Hertha BSC ein Doppelpack. Das 1-0 war sogar der dreitausendste Pflichtspieltreffer in der Geschichte des FCM. Die Stadt, die Fans, das ganze Umfeld samt der riesigen Tradition. Es war genau das, was er sich erträumt hatte. In Magdeburg bleibe ich mit meiner Hertha. Warum? Viele wissen das nicht. Wegen zwei Sachen. Punkt eins. Dort ist mein erstes Kind auf die Welt gekommen. Das ist Punkt eins. Und Alexander ist dort geboren. Das haben auch damals Fans eine Botschaft mitgewählt. Alexander ist einer von uns. Und das werde ich nie vergessen. Das muss ich so sagen. Im zweiten Jahr bin ich auch Kapitän geworden in einem Traditionverein. Und das war für mich natürlich etwas Besonderes. Das muss man so sagen. Das Besondere. Er war der erste Ausländer im Kapitänsamt beim Klub. Das wollte ich nicht sagen. Aber du hast jetzt das angesprochen. Jetzt bekomme ich ein bisschen Gessenhaut. Weil das ist das, was Bedeutung, das kann ich nicht mit Worte beschreiben. Für Radovan Vujanovic war es auch Jahre später klar. Einmal immer. Als FCM-Mann wechsle ich nie nach Halle. Aus Prinzip nicht. Wenn ich nicht aus Magdeburg komme, wo ich jetzt nie geboren bin. Aber nicht zu Trost. Diese Prestige oder allgemein diese Eigenerkennung, was ich damals bekommen habe. Als Kapitän. Und meine Sohn. Und diese Botschaft hat mein Sohn. Und du bist einer von uns. Der Bedeutung hat mich nicht vergessen. Und darum habe ich gesagt, mach ich das nicht. Da bin ich stolz. Nachhinein. Wo finanziell natürlich ein riesiges Angebot war. Sein zweiter Herzensverein ist nun der Linzer ASK. Einen Wechsel zum Ortsrivalen Blau-Weiß-Linz hat er deshalb genauso entschieden abgelehnt. Den FCM, den hat er auch in Linz. Heute immer noch im Blick. Magdeburg spielt richtig gut Fußball. Finde ich sehr risikoreich. Weil Tormann ist 30 Meter weg vom Tor. Spielt sehr gut. Tormann spielt sehr gut mit Fuß. Das muss man so sagen. Sehr positive Ermittlung. Natürlich muss man Punkte sammeln wegen der 2. Liga. Wenn man ein paar Spiele nicht gewinnt, und es immer eng werden kann. Nicht zu Trost. Wie Fußball jetzt Magdeburg spielt. Finde ich sehr spannend. Viele blau-weiße Fans können sich an den Mann mit der eingebauten Tor-Garantie noch erinnern. Vujogol, so einer der Spitznamen von Radovan Vujanovic, glaubt, dass das fußballverrückte Magdeburg irgendwann zu noch höherem berufen ist. Wenn wir zu Magdeburg in die Zukunft einmal in die Bundesliga reinkommen, für diese Stadt, für die Fans. Schöne Grüße von mir. Ich werde ihn beobachten. Wenn ich Zeit habe, komme ich einmal vorbei. Ich bin oft unterwegs. Die sollten treu bleiben, wie sie sind. Die waren in der Regionliga treu, in der 3. Liga treu, in der 2. Liga. Ich brauche nicht viel zu sagen. Und wir grüßen zurück alles Gute unserem Torjäger und Kapitän Ende der Nullerjahre. Nun in seinem Führungsjob beim Linzer ASK. Ihr habt es vorhin in unserem Intro schon gehört. Vujogol, wie man ihn einst nannte, tippt auf ein FCM-Sieg 2 zu 1. Was tippt ihr? Schreibt uns eure Prognose gern in die Kommentare. Einer, der in Sachen FCM immer on fire ist, läuft am Samstagabend auch in Hochform auf. Viele sind ehrenamtlich dabei, den Spieltag abzusichern. Darum gibt es einmal im Jahr die Aktion Danke ans Ehrenamt des DFB. Der FCM möchte sich bei seinen Helfern auch bedanken. Unter anderem bei Axel Bench, der einst den Fanrat mitgründete und derzeit zwischen seinem Stammsitzplatz und der Schiri-Kabine switcht. Axel Bench liebt Blau-Weiß, auch am Arbeitsplatz. Er empfängt uns auf einen Kaffee und erzählt uns, wie er zum FCM kam. Das war 1979, nach der Schule direkt. Das erste Mal im Stadion war im Germach-Stadion. Am 7. November war das, kurz vor meinem 9. Geburtstag, gegen Arsenal London. Er zählt uns von jener unruhigen Zeit um die Jahrtausendwende, in der er Mitglied wurde und Mitbegründer des Fanrats. Ich habe alles Mögliche organisiert mit Future Cards und auch mit Sponsoren, dass es irgendwie halbwegs ging, Geld gesammelt. Dann sind wir aufgestiegen und ein Jahr später Insolvenz. Das war so der Aufhänger, dass ich sagte, ich muss mich ein bisschen mehr engagieren für den Club. Mit dem Fanrat zusammen haben wir dann einiges auf den Wege gestellt. Er hat seine Mitgliedsnummer im Kfz-Schild integriert. Er war der Erste, der eine lebenslange Dauerkarte erhielt. 5.555 Euro legte er dafür hin und bekam auch einen wertvollen Ring. Mit der Nummer 1. Die Übergabe durch den damaligen Manager war ein Highlight im noch im bau befindlichen Stadion. Der grünen Donnerstag vor Ostern 2006 war der 13. April, weil das war Achim Streichel Wurzach. Deswegen musste das an dem Tag sein. Da haben wir im Stadion das Ganze schriftlich fixiert, unterschrieben und dann noch ein Foto für die Zeitung gemacht. Und er erzählt uns von seinen größten FCM-Spielen ever. Zwei würde ich da anführen. Das FDB-Pokalfinale 83 in Berlin gegen Karl-Marxstadt 4-0. Ich erinnere heute noch, wie Achim Streich auf unsere Kurve zuläuft und das 3-0 schießt. Und Rückspiel auf dem Bach. Im Büro hängt eine Schirikluft, seine erste. Axel Bent spielte einst bei der WSG Krakau. Als mal wieder Referiemangel herrschte, ließ er sich überreden, zu Pfeife und Karten zu greifen. Ich pfeife hier alles, was in der Stadt passiert. Es war von Anfang an klar, ich habe mit 27 erst angefangen offiziell. Und das war von Anfang an klar, eine Karriere mache ich nicht. Es geht nur um den Fußball, um den Spaß an der ganzen Sache. Inzwischen pfeift er für den FCM. Und immerhin hat er auch das eine oder andere Erinnerungsstück in seinem Regal zu stehen. Ich habe im Kleinfeldfinale gepfiffen hier in Magdeburg und war beim Alte-Herren-Finale an der Linie. Das sind so die herausragenden Spiele, wenn man das so bezeichnen möchte. Aber es ist auch bloß ein Fußballspiel. Vor allem, wenn er an der Linie steht, muss er auch die eine oder andere Diskussion mit Trainern, Spielern, Zuschauern aushalten. Kein Problem für ihn. Ganz normal wie im täglichen Leben auch. Da gibt es auch mal einen spaßigen Spruch zurück. Wichtig ist, dass man sich nicht selbst zu ernst nimmt. Wenn man sich selber ein bisschen auf die Schippe nehmen kann, hilft viel zur Entspannung bei. Und immer auf Augenhöhe agieren, das ist ganz wichtig. Und aktuell ist der Schiedsrichterbetreuer in der 2. Bundesliga. Und zeigt uns, ordnungsgemäß umgezogen und mit FCM-Brille, im Stadion die Schiedsrichterkabine. Herzlich willkommen beim Club. Kommt rein. Die Kabine, in der sich bekannte und weniger bekannte Referees umziehen und vorbereiten auf die Zweitligaspiele. Der berühmtesten würde ich sagen Manuel Gräfe oder Dennis Eitekin. Aber unterm Strich ist jeder gleich, egal wie berühmt er ist oder nicht. Eine Selfie-Sammlung mit ihm und den deutschen Top-Schiris, die hat er nicht. Er ist nicht der Typ dafür. Anderes ist ihm wichtiger. Ich muss mich hier nicht als Gruppi aufführen. Das sind halt ganz normale Menschen, Schiedsrichterkollegen. Da agieren wir auf Augenhöhe. Und da ist niemand was Besonderes, wo man ein Foto machen müsste. Es gibt ja auch genug zu tun. Wir sprechen das zwei Tage vorm Spiel ab, wie sie sich das vorstellen. Müssen sie vom Motor her abgeholt werden oder nicht? Und wenn ja, dann tue ich das auch noch. Oder bringe sie nach dem Spiel auch noch zum Bahnhof. Dann muss es hier, wenn was fehlt, muss das schnell organisiert werden. Ich richte die Kabine ein, dass das einigermaßen passt. Die sollen sich ruhig fühlen, die Jungs. Und ich fühle mich hier als Gastgeber. Es müssen ein paar Handtücher da liegen. Ein bisschen Obst, ein bisschen was zum Knabbern. Kuchen, Kaffee ist wichtig. Die ganzen Kaltgetränke, also das Alkoholfreie. Und nach dem Spiel gibt es auch was Frischezapftes. Und auch um eine Einführung in die hiesige Kultur geht es ihm. Wie das bei vielen, so ist die nicht von hier stammen. Dann findet man in Magdeburg plötzlich sieben A's nach dem M. Und das möchte ich nicht. Die Schiedsrichter kriegen von mir eine kleine Sprachlehre, wie das hier gesprochen wird. Egal ob Entscheidungen nach Kommunikation mit dem Kölner Keller oder ohne ihn getroffen werden, auch in der Schiri-Kabine wird einiges ausgewertet. Und Axel Bench mittendrin. Es geht um Entscheidungen, die dann im Spiel fallen. Jeder hat einen anderen Blickwinkel drauf. Der einen Blickwinkel auf dem Platz oder von der Tribüne ist halt ein anderer. Und dann tauschen wir uns aus. Wie hätte ich das gesehen? Ich habe auch Fragen manchmal. Wie kam es zu der Entscheidung? Nicht die Entscheidung an sich in Frage stellen, sondern eher, wie kam es zu dem Ganzen. In den meisten Fällen bin ich auch immer dabei, dass wir auch miteinander sprechen. Weil ich verstehe mich als Team. Das sind halt Schiedsrichterkollegen von mir. Und alles, was wir hier erzählen, bleibt dann noch nicht hier drin. Von seinem Stammplatz mit seinem Namensschild wäre er fast schon mal hier im Stadion selbst zum Schiri-Einsatz gekommen. Das ist aber schon lange her. Das war noch unter Herrn Petersen. Das letzte Spiel gegen Auerbach hat sich der Schiedsrichter zum Gang in die Kabine in der Halbzeitpause verletzt irgendwo am Fuß. Und da brauchte man also dringend Ersatz. Und da war ich auch schon halb umgezogen. Aber dann kam noch jemand aus Quedlinburg, der nicht vom Klub ist. Und da war auch der Spieler da sehr zufrieden, dass da keiner vom FCM unbedingt die Fahne-Liga schwingt. Wer die Geschichte von Axel Bench nochmal nachlesen möchte, kann das gern tun. In Spielmacher, erhältlich im Online-Shop von Kompakt Media und dem Medienzentrum im Breitenweg. Eure Unterstützung für die Blau-Weißen ist gefragt für Kartenpakete zum Behindertentag im Januar rund um das Spiel gegen Wien-Wiesbaden. Statt sie wieder abzugeben, könnt ihr euer Mehrwegpfandbecher wieder in die Pfandsammeltonnen einwerfen. Dafür jetzt schon mal vielen Dank. Thomas Schäfer ist bei mir, Leiter Ticketing. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, es läuft gerade die Aktion mit der Halbjahres-Dauerkarte. Wie läuft sie denn? Wie wird sie angenommen? Genau, also dieses Jahr steht die Dauerkartenaktion unter dem Motto Nordticket, das Nordticket. Das heißt, wir verkaufen eine Rückrundendauerkarte ausschließlich auf den Stehplatztribünen. Hintergrund dessen ist, dass wir da die maximale und die höchste Kapazität noch haben. In den Sitzplatzbereichen sind wir erfreulicherweise wirklich gut ausgelastet. Und wir wollen auch weiterhin attraktive Tageskartenpakete dann auch für unsere Fans zur Verfügung stellen. Darum haben wir uns auf die Nordtribüne konzentriert. Das heißt, wir schenken dem geneigten Fan ein Heimspiel. Er muss nur acht zahlen und kann dafür neun sehen. Die Karten gibt es auch schon ab 60 Euro für die Kinder. Ja, und es ist eigentlich ganz gut angelaufen. Wir haben jetzt die ersten 300 Karten verkauft. Hoffen noch auf bis zu 300 weitere, weil dann haben wir unsere 15.000er-Marke der Dauerkarten geknackt. Zum Ende des Jahres ist es ja auch immer gut, wenn man mal zurückblickt auf das vergangene Jahr. Und wenn wir das jetzt auch mal machen, wie hat sich denn das Zuschaueraufkommen bei uns beim FCM entwickelt? Wie gut lief es dieses Jahr? Ja, dieses Jahr ist natürlich exorbitant gut, das muss man sagen. Aber auch die vergangenen Jahre, wenn man mal einen kleinen Rückblick macht. Die letzten zwei, drei Jahre, die letzte Drittligasaison und dann halt auch der Aufstieg in die zweite Liga. Ist halt wirklich eine Entwicklung, die wir so glaube ich auch am Anfang nicht dran gedacht hätten und auch nicht dran geglaubt hätten. Wir sind halt auch in der dritten Liga dann mit einem Schnitt von 16.500 ins Ziel gegangen. Wohl wissend, dass das alles noch unter Corona-Bedingungen gestartet ist hier in Magdeburg. Aber auch mit dem Highlight-Spiel damals gegen Zwickau mit über 26.000, damals die höchste Zuschauerkapazität seitdem die MDCC Arena steht. Da haben wir uns sehr gefreut. Letzte Saison war für uns alle ein Highlight in der zweiten Liga endlich wieder da zu sein. Da hatten wir auch mit dem HSV-Spiel zu Hause mit über 27.000 Fans hier die höchste Zuschauerkapazität. Und dieses Jahr hatten wir auch schon wieder die höchste Zuschauerkapazität in der MDCC Arena mit dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Da hatten wir über 28.300 Fans hier im Stadion. Und das gab es seitdem dieses Stadion steht, gab es das noch nicht. Das heißt, wir haben eine sehr gute Entwicklung. Da gilt es auch wirklich mal Dank zu sagen an alle blau-weißen Fans. Das freut uns wirklich sehr, diese Unterstützung. Das weiß auch die Mannschaft zu schätzen natürlich. Und das sehen wir auch in den Dauerkartenverkäufen. Auch da von der dritten Liga von knapp 11.000 auf jetzt 14.500. Und wie gesagt, das Nordticket läuft ja noch. Perspektive ist und der Wunsch wäre natürlich schon die 15.000 zu knacken. Und diese Entwicklung ist halt wirklich für uns überragend. Und ja, da kann man nicht oft genug Danke sagen. Das ist also der Blick zurück. Wenn wir jetzt mal vorausschauen, sind denn weitere Ticket-Aktionen auch geplant? Ja, gerade jetzt am Samstag fahren wir eine Aktion für unsere Schiedsrichter hier in Magdeburg. Das heißt, sämtliche Schiedsrichter aus dem Stadtfachverband Magdeburg wurden von uns eingeladen, hier dieses Spiel zu begleiten. Des Weiteren, das neue Jahr blickt ja schon voraus und der Behindertentag, der folgt. Das heißt, wir sind auch gerade fleißig dabei, Unterstützer-Tickets einzusammeln. Auch hier gerne der Aufruf, jeder der unterstützen kann und möchte, der darf auch gerne Unterstützer-Tickets kaufen. Gibt es bei uns im Online-Shop für 10 Euro pro Ticket. Und damit können wir dann halt unseren Gerhard Altmann, den Behinderten-Fan-Beauftragten natürlich unterstützen, der dann halt viele Einrichtungen hat, die sich wünschen, ein Spiel hier besuchen zu können. Des Weiteren haben wir ein großes Angebot an Gruppentickets. Das heißt, ob man jetzt ein Sportverein ist, eine große Freundschaftsgruppe, meinetwegen auch eine Abteilung einer Firma. Ab 10 Leuten kann man hier bei uns vergünstigt dann ins Stadion kommen. Auch da gibt es die ganzen Informationen auf der Homepage. Wir haben die Kulturschultüte am Anfang der Saison. Das heißt, die ganzen Erstklässler werden von uns eingeladen zu einem Spiel. Des Weiteren wird noch ein Studententag kommen. Auch die Schüler der weiterführenden Schule haben wir noch im Blick in diesem Jahr. Also wir haben noch ein bisschen was im Köcher und die Rückrunde ist ja noch lang. Also wer will und wer sich informieren möchte, der findet auch definitiv eine Aktion. Natürlich. Das jetzt vielleicht mal so kurz zusammengefasst. Letzte Frage, auch wichtige Frage. Wie voll wird es denn am Samstag? Also wir schätzen mit 25.500 Fans, die uns besuchen kommen, trotz der niedrigen Temperaturen, freuen wir uns natürlich, dass wir auch da nochmal mehr Fans begrüßen dürfen als letztes Jahr gegen Kaiserslautern. Also alle kommen. Wunderbar. In diesem Sinne, dann brauchen wir nur noch einen Sieg. Sehr gerne. Danke, Thomas. Danke für deine Zeit. Gerne. Danke. Dann also volles Haus am Samstag beim Flutlichtspiel gegen die Roten Teufel vom Betzenberg. Kommt gut in die Arena, habt natürlich viel Spaß und schreibt uns eure Meinungen gern in die Kommentare. Das war's von Matchday, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Ja, ich tippe ein 3-1 für den FC Magdeburg natürlich, aus dem einfachen Grund. Ich glaube, dass es eine kleine Schwächeperiode gab zuletzt, aber mit dem letzten Auswärtsspiel sich die Mannschaft wieder gut gefangen hat und ich drücke ganz fest die Daumen und bin überzeugt, dass zu Hause die drei Punkte auch bleiben werden. Wunderbar! 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 Wunderbar!